Was braucht die Deutschlandfahne anzubringen? 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 Was braucht die Deutschlandfahne anzubringen Was braucht die Deutschlandfahne anzubringen? Alle, die da waren. Genau. Ich denke, es hat sehr viel Spaß. Es geht auch noch weiter, keine Angst. Ja, der Rhön da drin nimmt gerade wohl live auf. Auf Osthessenfunk. Ich denke, das macht einfach hier viel Spaß. 2017. Der Michael wird das entgegennehmen. Und prüfen, ob ihr auch die richtige Losnummer habt. Ob ihr auch wirklich keine Niete habt. So. Ich bin eine Niete, reicht doch. 48 hier. Einmal ein WLAN-Router und die 33. Das Team Funkgerät. Das Team Minicom Funkgerät. Einer der Hauptreise. Ein CB-Funkgerät. Der nächste. Ein Batterieladegerät für unterwegs. Sehr schwer. Der junge Mann. Die 44. Ein PMR-Set der Firma Vintec. Vintec Radio. Auch alles gespendet. Der Firma Neuner Funktechnik in Egosheim. Die Nummer 15. Ein PMR-Set der Firma Vintec. Auch wieder von der Firma Neuner. Die Nummer 14. Die Nummer 14. Ein Headset. Jetzt wird's langsam spannend. Ein Zusatzlautsprecher. Wunderbar. Das passt ja. Das passt ja. Also ein Bluetooth-Lautsprecher. Dann stehen wir im Messgerät. Die Nummer 28 ist eigentlich unser Hauptpreis. Der 50 Euro Vimo-Gutschein. Ich hoffe, du bist über Nacht da. Die Nummer 27. Du wohnst hier? Bei uns. Ein Auto-Esset. Ja. Also ich bin morgen wieder da. Ich hab den leider daheim gegeben. Die Nummer 11. Die Nummer 11. Auch ein Lautsprecher. Hat der nicht schon eine Nummer gehabt? Nein, eine Nummer. Nein, okay. Ein Zusatzlautsprecher an unseren Kameramann. Aus Dortmund. So. Was jetzt? Volker? Volker, wo sind die Lose? Ah, die Dame hier. Die Nummer 31. Ein Team CB-Funkgerät hier wieder. So. Und? Ja, dann halt mal kurz hier das Handy und film mich mal. Und der Röner Tröner hat die Nummer 50. Die Nummer... Er hat hier eine Magnetfunktion der Firma Mars. Auch durch die Firma Neunerfunk. Danke, Markus. Danke. So. Die Nummer 37. Der letzte Preis hier geht hier über die Theke. Ein Headset. Hey, Rossi! Das war gerade spitze. So. Aber es geht einfach weiter. Oh. 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 Bis zum nächsten Jahr. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020